Die Hall ist über 1,90m. Echt? Really? Das hätte ich nicht gedacht. Wollen wir mal, ne? Naja, auf jeden Fall ist er ein Riese. Ja, auf jeden Fall ist er ein Riese. Hätte ich nicht gedacht. Dass er die Häuser groß ist ohne Scheiß. 1hp. 1hp. Der schöne Schuss. Das war jetzt aber... Jetzt genug angetankt. Was ist mit dem Turaster Typen da? Ist der noch da? Kommt da doch keiner mit, ne? 6 zu 5. Er holt. Ja, Iso. Und du trackst sie nur, oder was? 1hp. 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 Wollte das nur mal betonen. Nicht dass ihr das vergesst. Die meisten war 1,78m, ja das kann sein oder ist 1,78m, ne, fährt nach links. Das liegt an der Camo, achso, ja dann. Das ist das nächste Video für die YouTube Reihe an der Maus prallt nichts mehr ab. Das ist die zweite Runde die ich glaube ich hochlade. Jeden Stream eine Runde Maus fahren reicht schon. Zack. 6900 abgeprallt. Also fast nichts. Das geht's. Das geht's. Das geht's. Das geht's. Das geht's.